Schönen guten Mittag und herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Borussia Dortmund. Vor dem morgigen DFB-Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt darf alle Journalisten hier im Medienzentrum in Brackel begrüßen, auch Bijan in der virtuellen Welt und natürlich unseren Cheftrainer Marco Rose neben mir auf dem Podium. Eure Fragen bitte. Jesko von Eichmann. Hallo Marco, Standard, Personalupdate am Anfang. Was gibt es für gute und was gibt es vielleicht für schlechte Nachrichten? Die gute Nachricht ist, dass sich keiner verletzt hat in Bielefeld. Ansonsten gibt es keine weiteren guten Nachrichten, kommt keiner zurück. Daniel Mahlen hat leicht einen Markendarmeffekt, wird heute nicht trainieren können. Müssen wir sehen, wie sich das bis morgen entwickelt. Und ansonsten schauen wir, dass wir gut durchs Training kommen, damit wir morgen dann bereit sind. Sebastian Wessling. Wie froh ist man denn aktuell in der, vielleicht ist froh auch das falsche Wort, aber in der aktuellen Personallage, dass man dann so Spieler hat wie beispielsweise einen Marius Wolf, den man jetzt auf verschiedene Positionen reinwerfen kann, der jetzt am Wochenende gespielt hat, vermutlich jetzt dann auch wieder ran muss oder darf, wie sehr hilft das, dass man solche dann zumindest mal in der Hinterhand hat? Ich bin froh über jeden meiner Jungs im Kader und zwar vom ersten Tag an und ich glaube auch, dass das immer ein Thema bei uns war, dass wir gesagt haben, wir werden mit den vielen Spielen jeden brauchen, ich hoffe, dass jeder der Jungs, auch wenn er nicht immer zum Einsatz kommt, auch wenn zum Beispiel jetzt ein Felix im Moment wenig spielt, aber auch das Gefühl hat, dass er gebraucht wird. Und genau in den Situationen, in denen wir jetzt sind, ja, wird das dann einfach auch zum Fakt, dass man jeden im Kader tatsächlich braucht, dass man sich auf jeden verlassen muss und die Jungs machen das bis hierhin sehr, sehr ordentlich und wir hoffen natürlich trotzdem, dass sich die Situation dann irgendwann auch wieder entspannt, um dann tatsächlich mal auch irgendwann über das Thema Belastungssteuerung reden zu können. Könnten wir bis hierhin noch nicht. Wir können gar keine Belastung steuern in irgendeiner Form, außer vielleicht auf ein, zwei Positionen. Axel Emre, das haben wir jetzt immer mal hinbekommen, aber ansonsten eher weniger. Aber ich bin froh über jeden, der da ist. Gilt sicherlich auch für Jürgen Kors von den Ruhrnachrichten. Jetzt klappt's. Ja, ich bin auch froh, dass ich da bin. Ich möchte aber trotzdem nochmal auf das Thema Verletzungsmisere zurückkommen. Wie weit ist die Ursachenforschung da vorangeschritten? Also mit der zerklüfteten Vorbereitung, mit vielen unterschiedlichen Spielern in unterschiedlichen Fitnessstadien ist es vielleicht ein Ansatz da. Welche anderen gibt es noch, obwohl die Verletzungen ja auch ein diverses, diffuses Bild ergeben? Welche Möglichkeiten der Erklärung sind da inzwischen vielleicht auch aufgetaucht, an denen man arbeiten könnte oder denen man die Ursachen auch begründen könnte? Also man kann davon ausgehen, dass Borussia Dortmund über die Jahre sich als Verein so entwickelt hat, dass man auf absolutem Topniveau arbeitet in jeder Abteilung. Dass man jede neue Errungenschaft der Wissenschaft versucht mitzunehmen, dass man eng zusammenarbeitet, dass man gut kommuniziert, dass wir die besten Doktoren haben, dass wir sehr, sehr gute Physiotherapeuten haben, sehr gute Athletiktrainer. Und dementsprechend reden wir miteinander. Wir suchen nach Kleinigkeiten, nach Details, wo wir möglicherweise in der Kommunikation nochmal draufpacken können, wo wir im Präventionstraining arbeiten können. Aber das ist natürlich ein bisschen die Nadel im Heuhaufen. Am Ende des Tages muss ich als Trainer auch dann irgendwann mal vielleicht sagen, die Jungs machen sich genug den Kopf da drüben. Und jeder sieht sich in der Verantwortung, dass es so Phasen gibt. Die gibt es einfach immer wieder. Und nochmal, wir haben gesagt, die Verletzungen sind teilweise diffus. Es sind ja auch Muskelverletzungen dabei, die aus Schlägen entstanden sind. Es sind Dritte dabei. Und der Fakt, dass wir in die Vorbereitung gestartet sind, so wie wir gestartet sind. Also das sind ja schon mal zwei Ansatzpunkte oder drei. Und trotzdem versuchen wir in Teilbereichen natürlich besser zu werden, ganz klar. Aber wo ist die Grenze zwischen einer objektiven Medizinermeinung, zwischen klaren Bildern, die man hat, Belastungssteuerung, Daten, die man zur Verfügung hat. Wie viel hat der Spieler gespielt? Wie ist der CK-Wert? Und dem subjektiven Empfinden des Spielers, wenn du mit ihm redest, bist du bereit. Ja, ich bin bereit, Trainer. Hast du Probleme? Nein, ich habe keine Probleme. Ein bisschen was. Wo hört man auf? Wo fängt man an? Relativ schwierig. Das hat sich bei uns jetzt in eine Richtung entwickelt, die im Moment nicht sonderlich, nicht angenehm ist. Das muss man klar sagen. Und deswegen versuchen wir Dinge zu eruieren, auch Dinge anzusprechen, Dinge besser zu machen. Aber ich kann jetzt keine wahnsinnig großen Fehler erkennen, die in irgendeiner Abteilung gemacht wurden. Wir müssen da jetzt einfach durch und wir gehen da durch. Wir haben großes Vertrauen in unsere Mediziner, in unsere Athletiktrainer, Physiotherapeuten. Und die Jungs werden nach und nach zurückkommen. Und bis dahin müssen wir bestmöglich punkten. Wir müssen in den Wettbewerben Champions League-Meisterschaft unsere Punkte holen. Wir wollen morgen unbedingt im Pokal weiterkommen gegen Ingolstadt. Und dann wird irgendwann auch wieder der Kader vollzählig sein, Belastungssteuerung möglich sein, und die Konkurrenzsituationen sich wieder so darstellen, dass man dort auch Druck aufbauen kann. Und dann sind wir dort, wo wir hinwollen. Die nächste Frage kommt von Bijan Jakobi. Ja, Herr Rosa, hallo zusammen. Vielleicht eine Frage zum Gegner. FC Ingolstadt ist momentan der Letzter in der zweiten Liga. Was können Sie zu denen sagen? Also Jürgen Klopp hat die immer in so einer Situation verglichen mit einem angeschlagenen Boxer oder angeschlagenen Raubtier hier besonders gefährlich und unberechenbar sind. Ja, ich glaube, dass es ein Pflichtspiel gegen einen Zwotligisten ist, wo wir unbedingt eine Runde weiterkommen wollen. Und der Gegner hierher kommt aus einer sicherlich für sich nicht sensationellen Situation und deswegen natürlich auch nichts zu verlieren hat, sondern probieren wird, hier einfach mal auch weg vom Alltag-Abstiegskampf, Zweite Liga, einfach das beste Spiel des Lebens zu machen, um an einem bestimmten Tag dann auch Borussia Dortmund wehtun zu können, Borussia Dortmund schlagen zu können. Die Jungs sind fit, die Jungs trainieren jeden Tag. All das, was ich gerade über uns gesagt habe, gilt auch für Ingolstadt. Top-Infrastruktur, guter Verein, ein Verein mit Ambitionen. Und es liegt natürlich vor allen Dingen an uns, wie dieses Spiel morgen ausgeht. Wenn wir unseren Fokus hochhalten, wenn wir gut regeneriert sind, wenn wir morgen von der ersten Minute an so auftreten, wie sich das für Borussia Dortmund in dem Heimspiel, in dem Pokalheimspiel dann auch gehört, dann wird es sicherlich schwer für Ingolstadt hier. Wenn wir anfangen, rumzukrümeln, glauben, dass der Tabellenletzte der zweiten Liga kommt und es mit ein paar Prozent weniger geht, wir keinen Fokus haben, sie einladen, in Kontersituationen zu kommen. Das ist das, was sie sicher wollen, wenn man nicht aufpasst. Sie spielen, haben jetzt relativ häufig Raute gespielt, 4-2-3-1 auch mal, manorientiert gegen den Ball, viele einfache, lange Bälle, vorne Füße ist mit Kutschke, Flanken. Und wenn wir dort dann einfach das zulassen und ein offenes Spiel draus werden lassen, dann kann man auch in dem Pokalspiel gegen Ingolstadt Probleme bekommen. Und das wäre ich den Jungs relativ klar und ungefiltert zu sagen. Und dann ist die Entscheidung, glaube ich, bei uns, wie wir das morgen dann auch angehen. Sven Wester-Schulze, bitte. Ja, Marco, ich würde gerne einmal noch mal kurz auf das Bielefeld-Spiel und deine Analyse damit zu sprechen kommen. Es war ja vorher keine ganz einfache Situation, eine Niederlage in Amsterdam, ihr habt viel Kritik einstecken müssen, dann eine sehr angespannte Personallage, dann ging es noch zu einem Gegner auswärts, der sehr kampfstark ist, wo Borussia Dortmund in der Vergangenheit ja immer wieder mal Probleme gehabt hat. Dann gewinnte dieses Spiel relativ souverän. Würdest du sagen, dass es ein Stück weit auch ein Charakterspiel war, wo die Mannschaft gefordert war, was du im Nachgang auch noch mal dann vor der Mannschaft lobend erwähnt hast? Oder war es für dich eigentlich nur eine Pflichtaufgabe und die Mannschaft hat genau das gemacht, was du eigentlich jede Woche von ihr erwartest? Genau, das hat sie gemacht. Das, was ich jede Woche von ihr erwarte. Ich habe vorher keine Charakterfrage gestellt und stelle mich danach nicht hin und sage, was wir für einen super Charakter haben, weil wir dieses Spiel so gespielt haben, wie wir es gespielt haben. Sondern ich erwarte das einfach von uns und ich weiß, dass wir das auch können, weil die Jungs grundsätzlich Charakter haben und trotzdem ist nicht jeder Tag gleich und jede Situation gleich. Und wenn man jetzt mal so die jüngere Vergangenheit von Ajax sieht, merkt man glaube ich auch, dass sie gar nicht so schlecht drauf sind. Insgesamt bedeutet das nicht, dass wir uns dort vier Stück abholen wollen und nach Hause fahren und zufrieden sind. Aber nochmal, im Fußball gehen die Dinge immer relativ schnell. Und ich finde, dass wir auf ein sehr schlechtes Spiel von uns in Bielefeld sehr gut reagiert haben. Das habe ich erwartet. Das hat die Mannschaft von sich erwartet. Das ist auch keine, nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Das muss man auch klar sagen. Bis auf eine Phase, so nach zehn Minuten, zehnte bis dreißigste Minute, haben wir das sehr, sehr souverän gemacht. Insgesamt in Bielefeld. Und da müssen wir weiter machen. Und da bin ich wieder beim Ingolstadt-Spiel. Schon morgen. Genau mit dem Fokus, mit der Souveränität, mit der Klarheit. Ich finde, dass wir ein sehr gutes Positionsspiel hatten. Wieder gut im Gegenpressing waren in weiten Strecken. Schöne Tore geschossen haben. Also vier von dem auf den Platz gebracht haben, was wir wollen. Aber es geht weiter. Schon wieder Schnee von gestern. Ingolstadt, Köln, wieder Ajax, Leipzig. Also die Charakterfrage stellt sich alle drei oder vier Tage. Und es wird nicht langweilig. Sebastian Wessling, die nächste Frage. Das ist keine Charakterfrage, sondern auch eine eher medizinische. Gregor Kobel, der hatte ja so leicht was abbekommen. Kann der spielen? Das ist Teil 1 der Frage und Teil 2. Das wäre ja normalerweise so ein Spiel, wir haben das Thema Belastungssteuerung schon angesprochen, wo man genau diese Frage stellen würde. Oder kann man einzelnen Spielern mal eine Pause geben? Gibt es einzelne Spieler, denen man in diesem Spiel eine Pause geben kann? Also kann man zum Beispiel so einen Mats, der ist ja wirklich stark belastet in letzter Zeit oder ist das einfach aktuell überhaupt auf gar keiner Position gar nicht drin? Es gibt ein paar Positionen, wo es nicht drin ist. Ganz klar. Muss man sagen, haben wir jetzt drüben auch zusammengesessen. Weil wenn ich Mats eine Pause gebe, dann kann ich schon wieder Manu keine Pause geben. Der übrigens auch geführte 5000 Spiele gemacht hat bis hierhin. Wenn ich ihm eine Pause gebe, dann kann ich schon wieder Emreke eine Pause geben, der gerade aus einer Verletzung kommt. Also ein paar Jungs müssen durch und es ist jetzt auch nicht unsere Idee, morgen wie wild zu rotieren. Wir werden eine gute Mannschaft aufs Feld stellen. Wir werden die Jungs nachher zum Training kommen, gut miteinander kommunizieren. Die Physios mit den Spielern, ich mit den Spielern, wir im Trainerteam, wir mit den Ärzten, was Sinn macht, wer tatsächlich dann auch mal möglicherweise jetzt unbedingt eine Pause braucht, weil danach kommt Köln, dann kommt Amsterdam und dann kommt Leipzig. Also es wird ja nicht weniger. Und trotzdem ist es morgen kein Spiel, in dem ich auch nur im Ansatz den Eindruck entwickeln, entstehen lassen möchte, dass wir glauben, dass wir dort in irgendeiner Form nachlassen können und dort dann auf zehn Positionen uns verändern. Aber natürlich, wenn wir die Möglichkeit haben und hätten, werden wir auch schauen, dass wir den einen oder anderen Spieler entlasten. Und konkret, Gregor Kobel? Greg, ja, Entschuldigung. Greg ging es gestern schon etwas besser, aber er konnte jetzt nicht trainieren. Wir müssen schauen, wie sich das bis morgen verhält. Aber die Idee grundsätzlich war auch, Mav morgen ins Tor zu stellen, der das auch in Bielefeld, wo er dann da war, hervorragend gemacht hat, einmal stark gehalten hat, mit dem Ball sehr ruhig uns eine gute Ausstrahlung gegeben hat. Großes Vertrauen in Mav sowieso, die ganze Zeit schon, wie er sich verhält, tadellos. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir da morgen auch nichts riskieren beim Gregor. Jürgen Kors noch einmal. Stichwort DFB-Pokal und der Reiz dieses Wettbewerbs. Ich glaube, als Spieler in Mainz gab es keine großen Erfolge. Als Trainer in Gladbach war immer eine andere Bruss ja besser in den letzten beiden Jahren. Welchen Stellenwert hat dieser Wettbewerb für dich? Was macht denn DFB-Pokal aus? Und ist das vielleicht auch schon Thema in der Mannschaft, die ja als Titelverteidiger auch ins Rennen geht? Ich finde, das sagt ja schon alles aus. Es ist ein Titel und die Jungs, wenn man sie fragt, wie das Gefühl war letztes Jahr, auch ohne Zuschauer, dann ist es natürlich nicht so schön, wenn du dich nicht feiern lassen kannst für einen großartigen Erfolg. aber trotzdem hat man, denke ich, gesehen, wie sehr dieses Ziel schon die Mannschaft zusammengeschweißt hat, die letzten Spiele und was das nochmal an Kräften freigesetzt hat, auf einmal lief es, auf einmal hast du das Selbstverständnis in den meisten Spielen. Großer Stellenwert, die Möglichkeit, über sechs oder sieben Spiele sind es dann, glaube ich, einen Titel zu gewinnen. Das ist das, was wir alle wollen. Darauf arbeiten wir alle hin und dementsprechend ist der Stellenwert natürlich auch groß. Matthias Dersch vom Kicker und danach ist mir Wester Schulze. Ja, hallo Marco. Eine Frage zu Erling. Der wird einige Zeit fehlen. Das heißt, ihr müsst euer Offensivspiel umstellen. Habt auf der anderen Seite aber auch die Vertreter, die verletzt sind oder angeschlagen. Ihr müsst die Belastung steuern. Ihr könnt nicht so viel trainieren. Was kannst du machen? Wie könnt ihr im Trainerteam arbeiten, um der Mannschaft da trotzdem neue Wege zum Tore schießen aufzuzeigen? Ich finde, wir haben es ja nicht schlecht gemacht. Der Erling hat jetzt das dritte Spiel gespielt. Wir haben gegen Lissabon ein schönes Tor mit Donny geschossen. Dann haben wir, in welchem Bundesligaspiel hat er gefehlt? Augsburg? Nein, Augsburg hat er gespielt. Nein, Gladbach. Ich bin Gladbach. Gladbach. Gladbach haben wir kein Tor geschossen. Aber jetzt in Bielefeld haben wir es ja ordentlich gemacht. Wir hatten Torchance, wir haben ein schönes Tor geschossen. Und nochmal, das muss ja auch möglich sein. Es kann ja nicht sein, dass man sich komplett abhängig macht von einem Spieler. Der Erling ist wahnsinnig wichtig für uns und er fehlt, gar keine Frage. Und trotzdem, ich habe damals davon geredet, wir müssen uns neu erfinden. So neu müssen wir uns auch nicht erfinden. Wir werden jetzt nicht alles auf den Kopf stellen, sondern wir haben jetzt natürlich nicht die Physis vorne drinne von Erling, sondern haben möglicherweise andere Spielertypen, haben jetzt in Bielefeld mit reingespielt, ein bisschen andere Ideen dann auch gehabt. Wir haben trotzdem Trainingszeit, die wir dann bestmöglich nutzen müssen, auch wenn wir nicht intensiv trainieren können. Wir haben Video als Möglichkeit und die Spieler, die jetzt die Möglichkeit bekommen, sich dort dann auch zu profilieren. Die müssen die Möglichkeit nutzen und versuchen, das Bestmögliche für sich und das Team und den Verein dann auch rauszuholen. Und dann freuen wir uns, wenn Erling irgendwann zurückkommt. Aber nochmal, wir müssen uns da jetzt ein paar Spieltage dran gewöhnen und dementsprechend brauchen wir da auch nicht rumzujammern, sondern wir müssen Lösungen finden und da sind wir aber auch gerade dabei, das uns zu erarbeiten. So, jetzt Sven. Marco, die dünne Personaldecke, speziell in der Offensive, wurde ja vergangene Woche schon gesprochen. In Bielefeld hast du es so gelöst, dass ihr mit drei Innenverteidigern gespielt habt, Dreier-Fünfer-Kette, gesehen, dass die Außenverteidiger Wolf und Hazard sehr hoch standen, könnten trotzdem zu Hause gegen den Zweitligisten dann drei Innenverteidiger vielleicht zu defensiv sein? Natürlich ist es eine Option, auch wieder mit vier hinten zu spielen, ganz klar. Aber ich glaube, dass man auch mit drei Innenverteidigern sehr, sehr offensiv spielen kann. Du hast ja gerade angesprochen, die Flügelverteidiger hoch. Ich denke schon, dass wir trotzdem genug Personal, egal welche Grundformationen, dann auch in die letzte Linie vom Gegner bringen. Ich finde, dass das Offensivspiel bei dem Thema eigentlich nie leiden muss. Es geht ja immer nur darum, willst du den Flügel doppelt besetzt haben und vor allen Dingen dann, wie willst du das Spiel aufbauen, wie willst du die Restverteidigung organisieren. Aber selbst wenn wir vierer Kette spielen, kommen in Konstellationen, wo wir zu dritt aufbauen wollen und also die Übergänge sind ja dann einfach auch immer wieder sehr schleichend. Dann gucke ich mich noch einmal um, ob es weitere Fragen gibt. Das scheint nicht der Fall. Bijan? Doch, hat nochmal die Hand gehoben. Jawohl, dann Bijan nochmal bitte. Ja, dann noch eine Frage zu zwei Perspektivspielern, die jetzt in diesem Sommer gekommen sind. Koulibaly und Kamara, Herr Rosel, was können Sie über die beiden so erzählen? Was zeichnet die aus und was kann man von denen erwarten? Sumi war der erste Koulibaly. Ja, Sumi kam ja verletzt, ist jetzt aber wieder so weit, dass wir ihn möglicherweise zeitnah dann auch mal in der U23 sehen können als Innenverteidiger. Als Innenverteidiger. Einfach ein guter Junge, gute Füße ist, guter Fußballer. Ja, bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Ich freue mich drauf, ihn dann auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum fit zu sehen, um dann einfach zu schauen, was mit ihm auch möglich ist. Kamara, ja, ein noch viel jüngerer Spieler, 16 Jahre, den wir jetzt, nachdem er in der Vorbereitung bei uns mit dabei war, das so sehr ordentlich gemacht hat, dann U23, U19, wo wir uns jetzt entschieden haben, einfach ihm auch mal so ein festes Zuhause zu geben. Das bedeutet, dass er jetzt regelmäßig in der U19 dann auch Einsatzzeiten bekommt und nicht so viel zwischen den Teams hin und her wandert. Ich glaube, dass das wichtig ist und gut für ihn. Aber auch er, ein zweikampfstarker, spielstarker Mittelfeldspieler, von dem wir uns dann auch einiges erwarten. Wie gesagt, 16 Jahre, bin ich gespannt, was da noch kommt. Gut, dann schaue ich nochmal in die Runde von Bidjan auch keine Frage mehr. Dann darf ich mich bedanken und wir sehen uns morgen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.